Musik Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Live in the Woods Äh, ja, wir haben uns aus dem Wüstendorf Ah ne, da hab ich gar nicht gestoppt Wir haben uns, ähm, aus unserem kleinen Haus da unter dem Baum befreit Und sind eigentlich nur um den Hügel herumgelaufen Und haben dort Sind so wunderschöne Wilderdorf gefunden Während Simon und Lorenz schon, ähm, so eine kleine Base eingerichtet haben Die wir jetzt aber noch finden müssen Woher, oh Leute, hier sind voll viele Pferde, Alter Vorher nehmen wir hier nochmal ein bisschen den, äh, Datenbestand auseinander Genau, einfach alles mitnehmen, was ich finde Äh, du bist jetzt schon mein, Lorenz, ne? Äh, noch nicht richtig, ich hol mir erstmal Kompistor, weil ich was ausprobieren Wollte ich nochmal deine Koordinaten, Simon Also, ich bin bei Minus 1428 und 457 Minus 1428, ja Sollte mich von der Höhe schon mal richtig Und, was war nochmal die zweite Koordinate? 500 Eine Ewigkeit später 400? 500 500 Al, wir können uns, ja, nicht ganz Wir können uns unendliche Früchte auch durch Apfel, ne? Wie geil das aussieht Also, wenn du einen Apfel hast, hol dir mal einen, äh, Eichenbaumsetzling und dann Haben wir einen Apfel? Ich, äh, gucke Weil ich hab einen Eichenbaumsetzling, hab ich schon Ne, haben wir nicht Ist halt der in so einem See? Ne, ne? Naja, hier ist ein, hier ist ein, naja, was heißt See? Hier ist ein Wasserfall, aber das ist kein See Also, Simon, ich, äh, nehm euch schon mal, was kann ich mit dem daraus gehen? Alles Ist, ist egal Au, außer, außer du nimmst alles, also, geht es mir jetzt, weißt du? Ja, ich nehme mal Marotten, Marotten Ich hab nicht so viele Kaffee, ne? Nein Ich hab nicht so viele Kaffee Ja, ich bleib halt auch etwas länger weg, deswegen Ja, ja, vor allem, du brauchst einfach mega viel, um zu überleben Also Das ist halt ein bisschen doof, Kumpi Okay, dann bin ich erstmal kurz weg, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so lange hält, mein Essen Was, was kann man schönes aus, was kann man aus schönes, äh, aus dem schönen Resin machen? So, 500 sagst du, war richtig, ne? Ja Und dann? Ja Minus tausend Ja, sag ich doch nur Minus tausend noch Äh, minus tausend vierhundert Also, ja, muss man ein bisschen Hier so ein Steinplateau, Leute Kann man nicht, weil die kann man ja nicht hier Ist ja so ein Steinplateau irgendwie So ein Herbstwald aus Birken Äh, joa, in der Nähe, glaube ich, ne, Lorenz, oder? Aber ich bin jetzt, äh, minus vierhundert, ich krieg die Zahl nicht zusammen Ich brauch eine Bestätigung, hallo Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung Minus tausend vierhundert Ich hab ein Yellow Auto im Sapling Schön Hab ich auch, hab ich auch Der Doktor, den find ich cool Das ist Birkenholz Ja, das ist ein neues Ähm Ich hab einfach mal Simon, kannst du mir mal zufällig irgendwie hier den Wasserfall ein bisschen Holz runterspeißen, oder? Warte, 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 wo? Ja, unter Wasser ist das Geräusch vom Essen einfach dumpfer Hä, äh, äh Wo, wo bist du rausgegangen, wenn wir aus unserem Haus rausgehen? Ich bin, ich bin nie noch mal oben Ich hab was gedacht Okay So, zack Zack Wir haben jetzt erstmal zwölf, äh, 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 ich hab aus Versehen auch noch eine Dings gemacht, ne, eine ich bin minus 1400 und 500 ist nicht 1400 und 41 sicher ist okay ja ich habe sicher und der simon dieser birken herbst weit ist nicht in der nähe das haus steht mittendrin alle freunde ist doch egal das ist doch in der nähe also holz da muss man schon sagen ich bin echt gar nicht mal hast du hast du holz für mich ja ich hab holz lassen wir drei hier an die wochen ist es geil hast du drei wolle oder mit drei wollen ja cool als lorenz lorenz was 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 brauchst du denn egal holz ich brauche einfach nur holz was wie viel unten klang ja komm her komm her hier ja hinter dir lol ist einfach hier hier sammelt auf ich hab's voll nice aus alter sieht voll geil aus oder oder krieg noch mal ein bisschen weil ich brauche noch was ich bin nämlich ein bisschen länger weg bau doch einfach einen baum ab danke perfekt ja wir haben ja arbeitsteilung gemacht hier also ich bin hier der miner ich meine für uns alle und simon ist der landwürde und du kannst ja ausrufen was du machst ja ich mach frei ne ne also ich würde sagen äh willst du mir noch mal kurz das haus bauen ein bisschen holz besorgen ne ich würde gerne essen anbauen nicht dass wir noch verrecken nein ich bin der farmer deswegen kann ich doch trotzdem feld bauen alter nein ich bin der ja egal ne ganz ehrlich was bin ich jetzt los das seh ich nicht ein das ist äh hast du die ganzen fackeln mitgenommen ja ne ich? nein ich hol mir grad eine kohle ich baue mir selbst fackeln hä aber wo sind die ganzen fackeln? wo sind die ganzen fackeln hin? ich hatte ganz viele fackeln iron inglead lol das war doch gar kein iron ore oder naja ich hab noch was anderes abgebaut oder? na egal naja Cola dann so ich mach erst meine iron ore oder simon ja mach das ist gut aber aber lass mich doch die förder machen ja mach das hä wir machen doch eh äh ne ich bin selbstversorger ja ganz ehrlich ja komm das ist doch so ja dann bau dir auch ein eigenes haus ja gut ich hab meine sachen hier wieder raus ja nö ja nö nö alles klar simon weiß ich ja bescheid ja äh äh wo baue ich denn? äh ich glaub ich äh baue in einem wald oh leu hier ist ja ein schöner Wasserfall nö wir bauen hier oben ja eh zusammen und hier oben bietet sich für ein kleines Dörfchen ja eigentlich an ne? ach ne und ich würd sagen aber ihr müsst bauen auch in dem Stil oder? den ich grad vorgeschlagen hab was ist das für ein Stil? sieht doch eigentlich ganz dick aus oder? ja ja flash mich jetzt noch nicht so aber kommt wahrscheinlich noch ist doch ist doch ein Stil ne? so wie ich das gebaut hab ist doch ein bestimmter Stil vom Bauern das ist der Simons Stil so so ich hab äh Goldohr wieder nochmal gefunden ich brauch nicht alles so kommen ich mach hier nochmal ein bisschen um die Hütte rum aus nein lass mich ich hab Diamantohr gefunden aber irgendwie ein ganz spezielles Diamantohr hier ist einfach eine Schlucht hab ich gar nicht gesehen aber was ist das denn? alter man kriegt einfach so viel Essen durch die Bäume ja? ganz ehrlich ja konntet Harz aber nicht essen das weißt ne? äh du weißt aber dass du Persimion oder irgendwie wie das heißt essen kannst ne warte ich kann äh es heißt Persimon Persimon ok Persimon heißt das Persimon ok also ich hab 8 Diamanten jetzt ne? wollte ich nur so kurz ummelden ja passiert hier guck dreh dich mal um nice dreh dich mal um Achtung da kommt ein Skelett von hier hier guck die heißt Persimon die Frucht ach das ist so ein Ding kennst du diese komischen Früchte die so ähm aussehen wie so orangene Äpfel mit so einer komischen Haut ja so ein Ding hat Raphael früher immer mit zur Schule ok ich weiß ist es die? ist das so einer? ja aber hast du ein Seed von einem Baum? äh ja ja dann pack die mal zusammen in dein Inventar ja dann kannst du ja mit so einem Fruchtbaum machen wo wo ist die? wo ist die Frucht? ich probier's grad mal selbst warte wir haben doch wir haben doch hier ne kann man nicht damit wir haben doch aber andere Seeds Bean Seeds Brokkoli ja damit kannst du ein ganz normales Feld machen ok gut ähm ja aber in der Nacht arbeitet ein Farmer nicht in der Nacht arbeitet ein der ein nicht ich hab jetzt ein Malachid ne? was hast du? Malachid so und ich hab Salz ist das glaub ich hier ja was ist das? ja ich hab Salz wollen Salz essen? neun schon man kann Salz nicht essen ja wer auch du kannst mit aber kochen ja Genesis Coffee Stone vor allem setz ich mal wieder hier hin oh Creeper lol hm mal reingehen raus ist ein Creeper ins Skelett also wir brauchen unbedingt ein Dorf äh ein unbedingt ein ähm ne? ihr wisst schon was ich meine ne ne sachen ein Feld mit Sachen das brauchen wir unbedingt Feld mit Sachen ist gar nicht so unwichtig und bis es ein Feld mit S-Bahn Sachen malachid das wär halt so was kann man mit dem Malachid denn machen? keine Ahnung deswegen kannst du mal nachden heiläu hab ich das jetzt immer gesagt oh was kann man was kann man was kann man was kann man daraus denn machen? keine Ahnung aber ich war ey das war Millimeter wär ich in Lava gefallen ich wär sofort insta gestorben ja den du jetzt auch äh soll ich ein bisschen Obsidian mitbringen? ich konnte ein bisschen was mitbringen was hast du denn für ein Diamant? ganz normal Diamant achso ok gut obsidian wenn du das mitbringen kannst klar ich mach mal kurze Diamanthacke und dann ich weiß es gibt ja nichts dagegen einzuwenden oder? ne mach ruhig gut aber vorher brauch ich ja das Lava dann bringe ich ein bisschen was mit glaub ich hier hast du eine Spitzsacke einfach liegen lassen ja die hab ich gedroppt weil die fast kaputt ist ja ok warte und sowas geb ich mir natürlich nicht ab geb ich mich natürlich nicht ab das ist unter meinem Niveau lol lol ich hab die gekillt das war so laut auf einmal Simon weißt du was man malachit jetzt machen kann Simon? was ist? weißt du was man jetzt in mir irgendwer hat die Kartoffeln aus meinem Ofen genommen geil mit dem malachit hä was was wurde aus dem Ofen genommen? die Kartoffeln konkrete mal Simon ah ah danke für die Forderung aber ich hab's wir müssen nach unten die Umgebung ausleuchten er kommt ja halt hinterher ne er kommt doch nicht hinterher oh schau alter ich krieg mich in mein Haus zurück Achtung hinter dir hier ist von mir außer sehr gut er ist runtergefallen hast du einen krassen Notback die hier haben? hä? wo ist der Creeper hin? wo ist der Creeper hin? er ist da unten doch bist nicht Leute du bist einfach so mit stark eingelaufen Entschuldigung ich hab' ich fast getötet ne ist alles egal ist egal ist egal Hauptsache der Creeper ist weg brauchen wir für was anderes noch Obsidia? ob wir sieben Obsidia haben? ja schon von dem einen Villain ja sieben haben wir schon wir brauchen so viel Obsidia nicht und wenn du kannst ja nochmal losgehen also ja ja komm erstmal nach hause und hol dir dein Bett ab weil die Nacht ist echt so langweilig nein nein wir können erstmal ich gehe erstmal schlafen ich schlafe er bringt doch nichts er hat doch kein Wett Slash Air Slash D Slash Air ups ja wie kann man nochmal den Chatverlauf löschen irgendwie mit F3 und sogar sogar kurz disconnect soja das kann ich natürlich auch machen mach ich aber nicht kann man dann steht die Sonne am Horizont empor vor man kann einfach Rottenfleisch nicht alles decken als die 64ern eigentlich voll geil er strahlt ja lol ja ist es für Tag die Natur wieder zum lieeeeben ja ok oh das ist schön wenn es für das ist es schön scheiß Säule blended Wie hoch die Bäume hier halt einfach sind. Ich nehme einfach schon eineinhalb Stunden auf. Ich schneide das alles richtig geil zusammen und dann mache ich da noch ein bisschen englische Sprache und Musik so. Bisschen englische Sprache, sagst du? Ja, dass ich so erkläre, was ich so mache oder was wir so machen oder Fortschritte oder keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht genau. Okay, jetzt mache ich mal ein Feld, ne? Jo. So, haben wir Sand? Ja, okay, dann brenne ich ein Sand jetzt mal. Wenn das geht, ja, hier ist ein Ofen, sehr schön. Ein Sand brenne ich jetzt schon mal. Du brauchst Eimer und keine Glasflaschen, Simon. Hm? Was willst du jetzt noch machen? Ein Glas. Ein Glas muss ich machen, damit das heller ist hier. So. Voll gute Idee, ne? Und vor allem, ich weiß nicht mal, wo ich das hinsetzen soll. Wir brauchen halt Iron erstmal für Wasser, ne? Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, hier so, hier kommt ein Fenster hin. Bam. Okay. Da kommt erstmal Tempelräger. So, haben wir ein Brot hier gemacht. Oh, lecker. Geil, Alter. Geil. Okay, machen wir erstmal. Vor allem, ich hab schon Diamanten gefunden. Lass doch, genau, lass doch hier am Wasserfall. Dann können wir doch immer runtergleiten. Weißt du? Dass wir hier einfach am Wasserfall im Feld machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich hab mehr Diamanten und Gold als, äh, Eisen. Ich hab noch keinen einzigen Eisen gefunden. Und wie hast du denn die Diamanten abgebaut? Ja, ich hatte vorher schon Eisen. So. Jetzt gerade hab ich Eisen gefunden, das ist gut. Jetzt hab ich 16 Eisen. Passt. Ja, warum kann ich das nicht machen? Warum kann ich das hier nicht rechts klicken? Warum kann ich... Hä? Oh, Alter, ich hab schon fast wieder, äh... Hä? Ich kann... Ich konnte nur ein Dings rechts klicken.